hallo ihr lieben herzlich willkommen hier auf meinem kanal ja heute gibt es einen schwarzen bildschirm ich habe tatsächlich drei videos schon aufgenommen und ich habe alle drei hochgeladen wieder gelöscht weil sie meiner meinung nach einfach zu lang geworden sind in aller kürze was habe ich in den videos erzählt ich habe in den videos erzählt ja dass das ist ich will es mal zusammenfassen ich will es zusammenfassen ich will mich kurz fassen absichtlich jetzt so und zwar ich erzähle kurz von früher und dann mal ganz kurz von heute ich werde mich heute wirklich zusammenreißen ich werde mich so bemühen dass ich es echt kurz halte weil keiner will eine stunde lange schwarzen bildschirm ansehen glaube ich deswegen ich habe fasse mich kurz so kurz wie ich nur irgendwie kann ja heute ist der volkstrauertag in deutschland und ja was soll ich sagen gerade eben war ich auf und auf der veranstaltung bei mir im dorf und ich musste feststellen dass tatsächlich die personen die daran teilnehmen immer weniger werden und gerade heutzutage müssten das eigentlich wieder mehr werden einfach nur um sich das weiterhin in gedanken zu halten und weiterhin daran zu denken was damals passiert ist was dem ersten weltkrieg und den zweiten weltkrieg passiert ist wie viele leute dabei gestorben sind und ja man muss man sollte das nicht vergessen man darf es nicht vergessen und gerade so ein tag sollte doch in ehren gehalten werden und weiterhin besucht werden also diese veranstaltung finde ich empfinde ich als super wichtig nicht unbedingt deswegen weil man jetzt sagt weil weil ich jetzt irgendwie was was ja ich werde ganz bestimmt nicht die linken ich werde ganz bestimmt nicht die rechten und ich werde ganz bestimmt nicht die grüne mal vorweg so weil ich werde dazu später was sagen diese namen die auf den steinen stehen dazu komme ich jetzt erst das denn wir müssen mal eine gewisse grundlage schaffen also was ist mit den namen die auf den steinen stehen passiert die leute aus den dörfern aus den städten die im krieg gefallen sind viele davon vielleicht sogar ja viele davon ich würde sagen eigentlich eigentlich die die mehrheit wahrscheinlich wollte diesen diesem krieg so denke ich nicht man muss ja sagen es war ja damals so es ging den leuten also zumindest was den zweiten weltkrieg angeht den ersten das weiß ich nicht so genau da habe ich niemanden den ich aus erster hand befragen konnte aber aus dem zweiten weltkrieg kannte ich tatsächlich noch noch also vor einigen jahren den ein oder andere anderen den der da dabei war und ja deswegen ja also es war ja so dass es den leuten nach dem ersten weltkrieg erstmal furchtbar schlecht ging die hatten tatsächlich nichts also die den die hatten schlecht was zu essen die hatten kein geld ja denen ging es halt einfach schlecht lag wohl auch in den sehr hohen reparatur zahlungen die deutschland damals zu leisten hatte und ja es ging den leuten halt schlecht und dann kam einer er hat zuerst versprochen hey ich kümmere mich darum dass es euch besser geht das ist doch erstmal gut wenn heute jemand kommt und sagt hey wir machen alles das dass es euch besser geht dann wählen wir den auch das ganze mal ganz logisch ja dann wurde der gewählt so und auf einmal ging es den leuten auch besser das ist ja das das interessante daran also es ging den leuten dann auch besser die leuten hat die leuten hatten auf einmal arbeit die leute hatten was zu essen sie hatten geld denen ging es auf einmal besser ja das war doch gut das war super das heißt er hat sein versprechen gehalten wer sein versprechen hält den wählt man wieder so perfekt also die bisherige regierung hat es ja nicht geschafft dass das den leuten gut ging und so und er wurde gewählt auf einmal war ging es den leuten gut das war das war für die damaligen leute war das ja war das war das perfekt also haben sie den wieder gewählt ganz klar also wird man diesen mann wieder so dann vertraut man den in einer gewissen weise und ja und sagt okay was er bisher gemacht hat das war ja ganz gut das war für uns jetzt nicht schlecht das war nicht nachteilig das war super und dann ist er halt nochmal dran und im endeffekt wieder dann irgendwann mal größenwahnsinnig tja ist halt so passiert und ja zu dem zeitpunkt war dann das ganze schon ja außer kontrolle und im endeffekt die die da gejubelt haben so von wegen wollte den totalen krieg und so ja das waren halt schon eher die anhänger von ihm also man sieht ja das wenn wenn es zum beispiel wenn ihr heute wenn ihr es mit heute vergleicht wenn heute eine demonstration ist also oder irgendeine veranstaltung eine politische veranstaltung auf der irgendwas diskutiert wird und ein redner vorne irgendwas sagt es muss die hälfte der leute nicht mal verstanden haben jaja oder ist so also ne so deswegen ja ja schwierig und es war halt damals dann auch so wie es dann eben zum krieg kam diese leute die dann an die front geschickt wurden ich sage jetzt tatsächlich an geschickt wurden weil es war nämlich so dass viele eigentlich gar nicht in den krieg wollten dass viele gesagt haben nö ich gehe da nicht mit ich mache da nicht mit und was ist passiert es kam die ss und der verweigerer hatte glück wenn er dann an die front gehen durfte und nicht sofort erschossen wurde so das mal so den namen die im stein gemeißelt sind die da drauf stehen so also die leute also viele der leute viele der namen die da drauf stehen hatten eigentlich gar keine lust auf krieg mussten aber trotzdem mit weil sie sonst halt sowieso tot gewesen wären na gut in der situation muss man das kann mir das sagen okay wäre es nicht dann vielleicht sogar besser gewesen wenn wenn sie einen direkt erschossen hätten also gut wenn man sagt ich will nicht dass ich jemand anderen töten muss um selber zu leben oder so in der art aber wenn man in der situation ist es ist halt immer schwierig ne es ist immer schwierig deswegen kann man da glaube ich nicht so wirklich jemandem einen vorwurf machen außerhalb denen die tatsächlich ja dafür gesorgt haben dass es soweit kommt naja also nicht unbedingt direkte ursprung sondern die die dann das weiterhin unterstützt haben also heißt die die näheren gefolgs leute diese diese ganz fanatischen näheren gefolgs leute und ja davon gab es halt eine handvoll vielleicht oder so oder halt vielleicht ein paar mehr gut aber die haben halt den endeweg diese macht ausgeübt und konnten dann mit der bevölkerung tun was sie wollen so und wir müssen halt heute also wann habe ich gesagt dass es heute dass es gerade heute so wichtig ist dass man heute darauf so sehr aufpassen muss dass die nicht wieder irgendwie dahin kommen und dass es halt schade ist dass die leute immer weniger werden die dahin gehen und sich dieses erneut ins gedächtnis rufen erneut daran denken was damals passiert ist ja man muss mal überlegen was war damals denn ein problem den leuten ging es nicht so sonderlich gut das war das erste sie hatten halt kein geld sie hatten keine arbeit ok das sind dinge die passieren heute auch noch die schere zwischen arm und reich wird immer größer das ist ja fakt das ist belegt das heißt jeder der heute einigermaßen noch verdient und über die runden kommt kann morgen eigentlich schon also nicht direkt morgen also nicht jetzt heute ist der siebzehnte nicht morgen am 18.11 sondern halt ihr wisst was ich meine die nächsten jahre tatsächlich dann so arm sein dass es sich was weiß ich nicht mehr leisten kann von ja irgendeinen zoo zu besuchen oder so zum beispiel also kann passieren und deswegen muss man da schon aufpassen finde ich und deswegen muss man auch sagen okay die momentane regierung hat das nicht so ganz im griff das haben wir ja schon bemerkt das haben wir auch auf den letzten demonstrationen sei es links rechts grün oder eben EU weit gewesen ja die momentanen haben das halt nicht so im griff irgendwie aber was passiert ihr seht es ja selber was passiert es wird rechts links und grün gewählt alles extreme es werden extreme gewählt ich sage zu den grünen auch extremen weil die für mich extrem sind was wollen die grünen die grünen wollen keinen atomstrom okay sehe ich irgendwo ein ist schon vielleicht ja okay man weiß ja nicht wohin mit dem müll sie wollen keinen kohlestrom okay ja kohle strahlt auch wenn sie verbrannt wird und so weiter ja es ist auch gefährlich ist nicht ganz so toll und auch für die umwelt vielleicht nicht ganz so geil okay ja aber die grünen sind ja nicht nur gegen kohle und atom sondern die sind ja auch gegen windkraft weil da werden ja vögel zerschreddert ja okay sehe ich ein gibt sinn aber irgendwo muss halt unser strom her kommen die grünen sind übrigens auch gegen wasserkraft okay das wäre ja noch eine alternative gewesen hätte man ja noch sagen können okay was ist denn mit wasserkraft okay aber nein wollen sie auch nicht weil da ja fische dann geschreitet werden statt vögel also will man das auch nicht so dann dann gibt es ja noch dann gibt es ja noch was gibt es noch biogas gibt es noch ja genau aber was ist wieder biogas an und für sich sagen die grünen ja biogas ist ganz okay ist ganz cool aber nur wenn wir dann nur apfälle reinwerfen ja aber ganz ehrlich was passiert dann mal ganz ehrlich wenn wir nur apfälle reinwerfen dann dann es ist also einfach so dass das es braucht eine gewisse mischung eine gewisse gewisse mischungsverhältnis in der biogasanlage damit die hopf funktioniert damit die ordentlich anständig funktioniert so dazu braucht es halt einfach viel grün zeug also viel was ja eben da rein muss und nicht es reicht einfach nicht dass da ein bisschen grün abfall also von den haushalten dann da rein oder ein paar essensreste reingeworfen werden das reicht nicht so das heißt die müssen tatsächlich halt felder anlegen auch monokulturen monokulturen im endeffekt energie pflanzen wie zum beispiel mais damit das sinnvoll ist damit man da überhaupt richtig strom raus bekommt so deswegen ja und da sind sie halt im endeffekt auch dagegen das will auch keiner okay kann man irgendwie auch verstehen man kann jedes man kann alle punkte verstehen also ich ja ich verstehe die punkte alle aber jeder der im endeffekt gegen alle stromarten ist mal ganz ehrlich der muss eigentlich von heute auf morgen sofort sagen hey okay ich bin ich bin gegen den strom ich will grüne ich schalte alles ab ich habe kein handy mehr ich habe kein computer mehr ich habe kein fernsehen mehr ich habe keine heizung mehr ich habe kein nichts mehr ich wohne jetzt ab heute wohne ich in einer höhle ich ziehe in eine höhle und und ja und erfriere dort so das also so sehe ich im endeffekt die grünen also extreme so sehe ich die grünen und das nächste das kuriose an der ganzen geschichte ist ja die grünen wollen ja die sind ja für das elektroauto das finde ich super kurios wie kann ich für ein elektroauto sein wenn ich doch gerade von umweltschädlichen sachen wegkommen will erst heute habe ich einen bericht gelesen über einen tesla der ausgebrannt ist der musste drei tage lang tatsächlich gekühlt werden damit er nicht wieder feuer fängt so und dann das nächste ist ich glaube fünf wochen hieß es liegt das frakt mittlerweile irgendwo auf einen auf einen bergernhof und es traut sich niemand es anzufassen weil man nicht weiß ob es nicht sofort wieder explodiert ob es nicht sofort wieder feuer fängt und das nächste ist das wasser mit dem dieses elektroauto drei tage lang gekühlt worden ist das ist ja verdampft teilweise so weil es hat ja gebrannt da drin es ist es sind metalle geschmolzen und so weiter also da war richtig temperatur da so das wasser ist ja teilweise verdampft diese materialien die da in der batterie drin sind oder in dem akku drin sind von dem auto die sind ja hochgiftig teilweise ja was passiert wenn das dann im wasser drin ist sich im wasser löst und verdampft es ist in der luft so ist das gesund bestimmt nicht so das nächste ist ja was passiert mit dem wasser das jetzt kontaminiert ist da drin also im endeffekt also es ist zwar keine radioaktive kontaminierung aber es ist verseucht es ist giftig es ist hochgiftig das ist fakt was macht man mit dem wasser einfach in den nächsten fluss kippen und hoffen dass nichts passiert halte ich für fragwürdig ja naja jedenfalls wie kann man wie kann man sowas unterstützen wo man doch eigentlich genau weiß dass es eben nicht unbedingt toll ist klar okay die momentan fahrzeuge die rumfahren die wenn einen umfall haben dann ist das auch nicht ganz so geil für die umwelt aber im endeffekt es passiert weniger weniger wesentlich weniger der aufwand ist wesentlich geringer um so ein auto von der stelle weg zu bekommen und es zu entsorgen es fachgerecht zu entsorgen es ist es gibt mittlerweile entsprechende öl bindemittel und alles also dass es wirklich in grenzen gehalten wird und das gibt es halt im endeffekt für elektro nicht es brennt halt einfach da kann keiner hin da kann keiner hin das ding steht teilweise unter spannung das ding ist es schlägt feuer ist es du kannst halt nicht hin du kannst es nicht löschen du kannst es nur du kannst ja nur zugucken wie es weg brennt eigentlich wenn du nicht irgendwelche spezialausrüstung hast um das halt irgendwie unter wasser zu setzen in der hoffnung dass es dann irgendwann mal ausgeht und auch das dauert halt über tage ist es dann endlich mal soweit ist und hinterher traut sich keiner das ding zu entsorgen schön naja ok genug von den grünen gehen wir zu den linken was passiert momentan oder ne geben wir zuerst den rechten geben zuerst den rechten ich sehe ich sage jetzt die rechten es gibt die partei die linke es gibt da nicht die partei die rechten glaube ich also ich kenne die zumindest nicht wenn es die gibt aber ihr wisst genau wie ich meine denke ich glaube es weiß jeder so also gehen wir zu den rechten was passiert im endeffekt die leute sind mit der momentanen regierung unzufrieden es ja vielen geht es halt nicht so gut es geht vielen eher schlecht teilweise man sieht es halt zum beispiel gerade die älteren leute haben ihr leben lang gearbeitet und bekommen halt wirklich nichts als rente und das geht halt nicht das ist wenn ich ja wenn ich so einen zu einem bauern ansehen zum beispiel von an und dazu mal also bin ich habe ich kenne jemanden tatsächlich und die haben eine landwirtschaft und die haben früher davon gelebt die konnten sich selbst damit versorgen haben die menschen also das war ein kleiner betrieb die haben sich und ein paar mehr leute versorgt und mehr halten nicht das heißt die haben nicht viel verdient damals schon aber es hat halt gereicht um eben selbst erst mal ein vernünftiges leben zu haben so und was ist dann im effekt passiert dann kam dann sind sie in der rente irgendwann und dann heißt es nur ihr habt ja nie in die rentenkasse eingezahlt so in der art ihr habt ja immer nur so ein minimum gelebt habt ja nie wirklich viel eingezahlt wobei die aber trotzdem immer rund und über gehalten haben und das ist halt wirklich das geht nicht leute wenn niemand arbeitet und sei es für den eigenbedarf dann muss der dafür entlohnt werden dann muss der dafür was bekommen und wenn jemand arbeitet wenn ich jetzt zum beispiel eltern ansehe ihre kinder zu hause erziehen das ist für mich arbeit so die sind zwar zu hause ja okay aber die erziehen ihr kind okay dann sind die zu hause dann erziehen die ihr kind und gerade eben frauen die momentan in der rente sind haben da ein richtiges problem war früher war es bei uns in bayern ja schon so und jetzt wo das eben die frau tatsächlich zu hause war und der mann arbeiten ging so und der man halt in endeffekt so viel verdient hat das ist für die ganze familie gereicht hat so das ist heute einfach nicht mehr so das funktioniert noch nicht mehr so und deswegen bekommt der man auch nicht die rente für zwei sondern nur für sich so und die frau steht dann da und hat den ende für keine rente so weil sie ja die ganze zeit zu hause war bei den kindern und irgendwann erst wieder mit 40 oder so das arbeiten angefangen hat oder vielleicht mit 45 oder 50 das ist halt so das war damals so ja gut deswegen sind die leute halt eher schlecht gestellt momentan das gleiche ist halt auch mit jetzt will man die rente auf 70 erhöhen zum beispiel das ist auch so eine sache die wo ich sage leute wer der heute auf dem bau in der landwirtschaft sonst wo arbeitet kann bis 70 arbeiten auch eine krankenschwester oder eine alten pflegerin kann das nicht geht nicht also keine möglichkeit ganz ehrlich funktioniert nicht die leute sind sind mit mit 50 teilweise schon fertig aber gut naja die regierung will mir noch ein setz ab 70 ja dann ja schön naja dann geht es ja weiter das ist ja nicht das einzige also warum werden die rechten noch gewählt die rechten werden gewählt weil man eben sieht wie viel geld für die flüchtlingshilfe aufgebracht wird und im endeffekt wie schlecht es den eigenen leuten dagegen teilweise geht also eben diese rentner wenn man vergleicht zum beispiel man kann auch vergleichen bestimmte arbeitslose gut okay wobei ich bei den arbeitslosen wieder sagen muss es gibt ja natürlich auch leute die einfach nicht wollen da muss man natürlich schon sagen also leute die nicht wollen da müsste man schon irgendwie eine möglichkeit finden dass man die speziell irgendwie abstraft oder so ja es ist halt immer schwierig aber ja gut es ist halt einfach so dass in letzter zeit halt oder die letzten jahre sage ich einfach mal so viele oder vermehrt flüchtlinge nach deutschland gekommen sind und deshalb eben dieses thema auch groß geworden ist so bei uns also ich kenne einen tatsächlich jemanden der der bei einem sicherheitsdienst arbeitet und der tagtäglich in flüchtlingsheimen unterwegs ist und war und der kann mir da so einiges der könnte da so einiges berichten ich will ja jetzt nichts darüber erzählen ich weiß nicht ob das irgendwie und das dienstgeheimnis fällt oder so und ich bin keine froh sein dass er mir nicht ein bisschen was davon erzählt hat aber was da so abgeht das wollt ihr echt nicht hören also ganz ehrlich ja ja wir haben halt im endeffekt eine eigene mentalität sage ich mal so so ja das nächste ist ja dass wir deutsche eigentlich auch ziemlich dumm sind also ganz ehrlich wer stört sich daran dass meinetwegen der St. Martins Zug St. Martins Zug heißt und nicht Sonne Mond und Sterne fest wer stört sich daran es sind irgendwelche die halt auf biegen und brechen links sein wollen Leute ganz ehrlich das heißt St. Martins Zug weil dieser Tag von diesem Ereignis stammt deswegen wird er gefeiert und deswegen wird er mit der Laterne gegangen und eben diese dieser Tag gefeiert das stammt von St. Martin von diesem Mann der damals eben großherzig war und geteilt hat und auch das steht ja im Endeffekt für diesen Tag das Teilen jeder jeder egal ob er jetzt christlich katholisch evangelisch ist oder nicht kann da mitgehen jeder jeder es ist jeden freigestellt am St. Martins Zug mitzumachen teilzunehmen es wird da niemand ausgeschlossen es dürfen da es dürfen Leute mitgehen aus jeder Nationalität mit jeder Glaubensrichtung jeder der da mitgehen will der darf da mitgehen und fertig aus und da brauche ich nicht das Fest umbenennen da ich kann ja dann den Leuten sagen okay pass auf das Fest kommt da und da her das stammt da her aber das muss ja nicht bedeuten dass die dann unseren Glauben annehmen müssen oder so es ist halt nur es ist ja ich persönlich bin ja auch jemand der eigentlich sehr wenig von der Kirche an sich hält und vom Glauben naja da kann man drüber streiten im Endeffekt weil ja das ist wieder ein Thema für ein eigenes Video eigentlich schon fast das heißt ob man jetzt für oder gegen den Glauben sein sollte also selbst selbst Physiker hoch dekorierte Physiker diskutieren über dieses Thema das heißt es ist tatsächlich eigentlich ein größeres Thema ich glaube okay dann Weihnachtsfest warum muss das Winterfest heißen oder Weihnachtsmarkt warum muss das Wintermarkt heißen Leute das geht halt nicht das geht nicht wir sind hier in Deutschland es war es hieß schon immer Weihnachtsmarkt weil es eben in der Adventszeit vor in der Vorweihnachtszeit stattfindet und deswegen sollte das Weihnachtsmarkt auch weiterhin heißen weil es eben auf diese weihnachtliche Zeit vorbereitet und das Weihnachten an sich das Weihnachtsfest ist ja auch im Zeichen des Teilens im Zeichen des Miteinanders des Gebens eigentlich orientiert und nicht in der Verschlossenheit man geht ja raus in der Zeit man geht raus man geht raus man besucht diese Märkte man trifft Leute man geht ja man trifft sich an Weihnachten man feiert miteinander man ist untereinander man beschenkt sich gegenseitig und das ist doch im Endeffekt der Sinn des Festes und nicht sich wegzusperren und deswegen weiß ich halt nicht wieso man das im Endeffekt umbenennen muss also meine Meinung ist halt einfach behalte das so wie es ist es ist doch okay und es ist doch auch jeden freigestellt daran teilzunehmen jeder der das Weihnachtsfest feiern möchte darf es feiern jeder der auf den Weihnachtsmarkt gehen möchte darf auf den Weihnachtsmarkt gehen ich habe noch keine Einlasskontrollen gesehen die meinen Ausweis kontrollieren ob da auch wirklich christlich drin steht nein jeder der hin will darf hingehen so und was ist dann das Problem dann heißt das ebenso jemand der andersgläubig ist ich kenne tatsächlich einige Leute die jetzt nicht unbedingt christlichen Glaubens sind ja kenne ich und diese Leute die sind auch vollkommen okay also ich ich verstehe mich mit dem super die sind bei uns aufgewachsen die kommen von hier die sind in mir zur Schule gegangen die benehmen sich anständig und wissen halt einfach das ist Weihnachten und das wird halt so gefeiert hier das wird so gemacht und da gibt es keine Diskussion im Endeffekt dass man da irgendwie was umbenennen müsste oder so überhaupt nicht und ich kenne das ich habe das nämlich auch schon verschiedene Leute kennengelernt also dunkelhautfarbe wohlgemerkt die ich gefragt habe und gesagt habe okay wie steht ihr dazu zum Negerkuss habe ich gesagt ja für sie ist das ja auch kein Problem okay wieso ist das kein Problem ja Neger ist zwar ein scheiß Wort ist ein schlechtes Wort sollte man nicht sagen aber im Endeffekt in Verbindung mit dem Kuss mit dem Schaum mit dem Süßen mit der Schokolade das ist halt einfach das ist doch was Tolles das ist doch was Schönes und im Endeffekt der der den Namen erfunden hat der hat ja bestimmt nichts Schlechtes im Sinn gehabt als er das so getauft hat so mal dazu mal zu der ganzen Namensumberennerei was mich halt sowieso irgendwie ja man kennt die Namen von früher und auf einmal heißt es nicht mehr so sondern ganz anders ja weiß ich nicht was ich davon halten soll nur weil man halt im Endeffekt ultra links sein will und unbedingt das so durchsetzen muss okay gut aber ist dann wieder vielleicht ist wieder ein eigenes Thema wir waren beim wir waren beim Volkstrauertag momentan also das war halt im Endeffekt diese rechte Geschichte warum sich viele vielleicht für die Rechten entscheiden so dann gibt es die Linken wieso entscheiden sich so viele dann für die Linken auch momentan ja weil man vielleicht Angst hat vor Krieg das ist bestimmt mit einem Grund aber gerade deswegen gerade weil eben links auch gewählt wird ist es halt so dass es wahrscheinlicher ist dass dass es zum Krieg kommt das ist jetzt doof gesagt ja aber es ist so denn ich muss sagen jede Extreme birgt die Gefahr von Krieg jede Extreme deswegen müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein finde ich ja also naja jedenfalls die Linken haben ja auch viele gewählt weil sie mitbekommen haben hey die Rechten werden stärker oh was machen wir denn dagegen ja wir müssen dann eher mal die Linken wählen damit die halt auch stärker werden dass das im Endeffekt wieder sich ein Gleichgewicht hält das ist ja im Endeffekt nicht so schlechter Gedankengang ist ja ganz okay aber eben wie gesagt auch da muss man aufpassen denn alles was extrem ist was irgendeine extreme Richtung einschlägt das ist gefährlich das ist nicht gut nicht gut für den einzelnen nicht gut für ja für die für die Allgemeinheit und deswegen ne ja um mal von rechts links und grün auf ein ja auf das zu kommen was jetzt momentan was heute ist heute ist der Volkstrauertag da sollte man eben sich das wieder in Gedanken rufen dass eben Extreme schlecht sind man hat es ja eben gesehen an den Kriegern an den vergangenen Kriegern und das waren halt auch im Endeffekt Extreme und deswegen seid mir vorsichtig mit Extremen denn das führt nur zu Leid und wir wollen kurz eine Minute den verstorbenen gedenken und uns vielleicht auch Gedanken machen dass wir niemals in diese Situation kommen wollen dass wir nicht dazu gezwungen werden wollen andere zu töten um selber zu leben ja also wir sind einer Minute zu sehen an an habt ihr und So, die Minute ist vorbei. Also, nochmal, um es in Gedanken zu rufen, um zu sagen, hey, das wollen wir nicht wiederhaben. Wir brauchen keinen Krieg. Mein Tipp noch an euch, befasst euch mit den Parteien, die es gibt. Schaut euch die Entscheidungen, die Wahlentscheidungen an. Früher ging das ja nicht. Früher war das ja so, dass viele Entscheidungen den Bundesrat, Bundestag nie verlassen haben. Heute geht das. Heute kann man im Internet nachgucken, kann man schauen, okay, wer hat denn zu welchem Thema und wie abgestimmt. Und kann sagen, okay, den Mann oder die Frau, die finde ich gut, die wähle ich. So, und das im Endeffekt, muss man sagen, sollte schon fast parteiunabhängig sein. Klar kann man dann noch schauen, okay, wie hat denn welche Partei insgesamt abgestimmt. Das ist natürlich auch wichtig. Und das muss man dann im Endeffekt auch mitberücksichtigen, eigentlich bei der Wahl und muss sagen, okay, die haben so abgestimmt, die haben so abgestimmt. Und ich wäre jetzt für dieses Thema oder für jenes Thema und gegen jenes und gegen das andere auch. So, und dann muss man sich noch überlegen, diese Themen, über die abgestimmt wurde, über die muss man sich halt auch dementsprechend informieren und eben nachlesen. Und ja, das ist mit Arbeit verbunden, aber ich finde, wer wählen geht, wer wählt, der sollte sich auch damit befassen, sich erkundigen und nicht einfach irgendwas wählen, was er meint, dass vielleicht das Richtige wäre. Denn so wird seine Meinung nie vertreten, so kann er stundenlang über die Regierung schimpfen und es wird sich nicht ändern, denn er hat genau diese Regierung gewählt. Ja, deswegen schaut euch an, für was und gegen was bestimmte Parteien sind, auch eben speziell bestimmte Personen der Partei. Denn wenn manche Personen halt im Endeffekt erfolgreicher sind als andere, liegt das ja häufig einfach daran, dass man den einen oder anderen vielleicht sympathischer findet. Aber das sollte halt nicht ausschlaggebend sein, sondern es sollte die Meinung des jene Ausschlaggebend sein. Und die erfährt man halt in Endeffekt nur, wenn man die vergangenen Wahlen, die vergangenen Abstimmungen der Politiker sich anguckt und dementsprechend halt bewertet und sagt, okay, das ist mir wichtig, das ist mir unwichtig, da war er dafür und ich wäre auch dafür gewesen und da war er dagegen und ich bin da auch dagegen. Und dementsprechend dann das halt denjenigen halt dann wählen, unterstützen und nicht irgendeinen, den man halt gerade meint. Auch sich trauen, eine kleine Partei zu wählen, wie ich es jetzt tatsächlich gemacht habe. Ich habe eine kleine Partei gewählt, auch in dem Wissen, dass die bestimmt nicht drankommen, aber mit dem Gedanken, wenn alle so denken, dass sich eine kleine Partei nicht zu wählen lohnt, dann kommt die natürlich nie dran und es wird sich auch nie was ändern. Deswegen wagt es, wählt auch mal eine kleine Partei, die euch allerdings eben nahezu zu 100% widerspiegelt. Und der sagt, hey, pass auf, die ist genau die richtige für mich. Gut, 100% ist natürlich immer schwierig. Muss ich auch eingestehen, hatte ich jetzt tatsächlich keine Partei, der ich wirklich zu 100% zustimme, aber ich habe mir unter dem Jahr tatsächlich auch schon notiert, wer denn wie abgestimmt hat und habe mich halt da regelmäßig ein bisschen damit befasst. Deswegen meine Stimme, die ich abgebe, die hat seine Berechtigung. Und ich habe mir dann da auch eben so eine Liste aufgestellt, wen kann ich denn noch wählen und wen nicht. Und die Namen wurden halt dann im Endeffekt immer weniger, immer weniger, so übers Jahr. Und auch die Parteien wurden dann immer weniger, bis dann eine rauskam, mit der ich dann in etwa zu 70% ungefähr übereingestimmt habe. Und die habe ich dann tatsächlich auch gewählt. Und Personen gab es natürlich, gab es Einzelne tatsächlich, mit denen ich auf über 90% kam. Also von daher, es sind schon Leute dabei, die vielleicht nicht ganz so abwegig denken oder nicht. Also von der eigenen Sicht, von der persönlichen Sicht aus immer. Und die muss man halt dann eben unterstützen, damit es eben nicht dazu kommt, dass wir dieses extreme Zeugs dann an der Backe haben und nicht wissen, was wir damit tun sollen. Im Endeffekt sind die Linken dran, die Rechten und die Grünen. Was passiert? Die Linken, die sind nicht für links, die Rechten sind für rechts. Das heißt, die zwei, die sind immer gegen sich. Also die sind immer der eine gegen den anderen und so passiert da nie was. So, und was ist mit den Grünen? Die sind sowieso grundsätzlich gegen alles. So, passt. Okay, dann sind wir regierungsunfähig, da passiert nichts. Oder beschlussunfähig, da passiert nichts. Weil, ja, eine Partei, die gegen alles ist und zwei Parteien, die gegeneinander sind, ja, da passiert im Endeffekt nicht viel. Deswegen sucht euch eine Person in der Politik, die, ja, eure Meinung vertritt, die in einer Partei vielleicht auch ist, die nahe auf eure Meinung oder nahe eurer Meinung irgendwie liegt und dann passt das. Dann haben wir, denke ich, eine größere Chance an Kriegen vorbeizukommen als momentan. Denn momentan steht es, also steht es nicht zum Besten, wenn wir mal ehrlich sind. Also dieses Thema ist wirklich super, super brandaktuell. Und deswegen finde ich es halt absolut schade, dass es immer weniger Leute werden, die ans Kriegerdenkmal gehen am Volkstrauertag, die sich das nochmal vor Augen führen, was damals passiert ist mit den Leuten, die auf den Steinen stehen, was passiert ist allgemein mit der Bevölkerung und wie es dazu kam. Deswegen, ja. Ich finde es natürlich, ich bin schon jemand, der sagt, okay, Zweiter Weltkrieg, es ist übertrieben, dass wir immer noch da angekreidet werden. Ja, das sehe ich schon so, denn ich denke, dass wir diese Zeit weit hinter uns gelassen haben und dass es momentan eh keinen mehr gibt, der damals dabei war und da irgendwas zu entscheiden gehabt hätte. Aber im Endeffekt muss man sagen, wir sollten das trotzdem nicht vergessen. Auch andere Länder sollten das nicht vergessen. Und es passiert halt momentan schon, dass vielleicht das eine oder andere Land naja, bereits von Extremen teilweise mitbestimmt wird. Und deswegen muss man da sagen, das Thema ist momentan so aktuell wie nie. Also, ich entläuße euch jetzt von diesem Video, von diesem schwarzen Bildschirm. Es sind trotzdem noch immer 40 Minuten geworden. Ich wollte weit darunter bleiben. Ich habe es nicht geschafft. Es tut mir leid an der Stelle. Aber es ist halt einfach ein großes Thema. Es ist ein für mich persönlich, also ein Thema, was absolut wichtig ist, eben, dass wir keinen Krieg haben wollen. Also, das ist halt so das oberste Ziel, was es geben kann, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen ist das Video dementsprechend lang geworden. Es tut mir leid. Ich wollte bereits eher aufhören. Noch ein kleines Schlusswort hätte ich vielleicht noch. Ja, aber wisst ihr was? Ich sage an der Stelle einfach Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns dann wieder morgen. Morgen gibt es wieder ein Let's Play tatsächlich. Und bis dahin, macht es gut. Denkt nochmal das ein oder andere Mal nach. Und geht nächstes Jahr auf diese Veranstaltungen hin. Damit die auch weiter am Leben erhalten werden. Damit die weiter gelebt werden. Das ist ja auch ein Teil der Reduktion mittlerweile. Gehört ja fast so zur Bevölkerung, zur Geschichte von uns. Wie Weihnachten auch. Deswegen, geht hin. Und auch wenn es kalt ist, auch wenn ihr friert, das gehört eigentlich schon fast dazu. Das ist doch eigentlich, das ist doch schon jedes Jahr, oder? Das ist doch normal, dass man da friert, oder? Geht hin, geht hin. Und außerdem, es ist auch nicht so, dass man sofort krank davon wird, wenn man mal friert. Es heißt zweimal Erkältung und so weiter und so fort. Aber, Leute, ganz ehrlich, Erkältung, wisst ihr, wo das herkommt, Erkältung? Erkältung kommt nicht von der Kälte. Sondern Erkältung kommt halt daran, daher, dass wenn man halt viel in der Kälte unterwegs ist und dann ins Warme kommt, dass das Immunsystem geschwächt ist und im Warmen im Endeffekt diese Bazzillen nur darauf warten, sich bei einem einzumisten. Wenn man dementsprechend vorsichtig ist, heißt, von der Kälte in die Wärme kommt, sich die Hände wascht, sich, ja, ne, dementsprechend halt verhält, dann sollte das kein Thema sein. Also, Hygiene ist das Thema eigentlich. Also, regelmäßig Hände waschen, regelmäßig, ja, ne, dann passiert da auch weniger. Ich wurde tatsächlich heuer bisher absolut verschont von Fieberschnupfenzeugs und so. Ich hoffe, dass es weiter so bleibt. Denn, ja, wie gesagt, ich befolge das halt und bisher hat es einmal freigeklappt. Die letzten Jahre hat es halt nicht so ganz gut funktioniert, weil wenn du jemanden im eigenen Haushalt hast, der halt einfach krank ist, dann ist es halt immer schwierig, da drum rum zu kommen. Aber heuer klappt es echt ganz gut. Da bin ich echt begeistert. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es weiter so bleibt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Denkt über meine Worte nach. Denkt auch über diesen Volkstrauertag nach. Und wieso es den gibt, den gibt es nicht umsonst. Das haben wir in diesem Video, glaube ich, ausführlich erörtert. Ja, bis morgen dann. Macht's gut. Ciao.